Hallo, mein Name ist Felix und wie manche von euch vielleicht noch nicht wissen, finden bei uns im Club täglich Group Fitness Kurse statt. Bei unseren Gruppenkursen in der Functional Area trainieren wir mehr Bewegungsmuster, als dass wir isoliert Muskeln oder Muskelgruppen trainieren. Und egal was dein Trainingsziel ist, ob du nun Beginner oder Fortgeschrittener bist, jeder kann bei uns mitmachen. Neben unseren Beginner- und Advanced-Gruppenkursen bitten wir dir auch High-Intensity-Intervall-Training an. Hier trainierst du in nur 20 bis 30 Minuten deine Kraft, aber vor allem deine Ausdauer und kannst dich mal so richtig auspowern. Außerdem bitten wir je nach Saison auch immer Schwerpunkte an, zum Beispiel im Winter unseren Skikurs, wo wir dich fit für die Piste machen oder im Sommer unsere Outdoor-Workouts. Lerne unser Kursprogramm kennen, für unsere Mitglieder natürlich kostenlos. Den aktuellen Kursplan findest du auf unserer Homepage unter dem Punkt Studio oder bei uns im Club an der Rezeption. Melde dich jetzt für deinen Wunschtermin an, weil gemeinsames Training einfach mehr Spaß macht.